Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Ja, heute müsst ihr zwei Fußballer in einer Person erraten. Ich zeige euch halt jeweils zwei Fußballer, gemischt in einem Bild und ihr müsst erraten, welche zwei Fußballer das sein können. Schreibt eure Ergebnisse in die Kommentare und danke für euer Abo. Viel Spaß! Dann kommen wir gleich mal zu den ersten beiden Spielern. Ja, welche zwei Fußballer könnten das sein? Schaffst du beide Fußballer zu erraten? Richtig, Giroud und De Bruyne. Super, weiter geht's. Die nächsten beiden Fußballer, ja, welche Fußballer könnten das sein? Und danke für euer Abo. Und habt ihr sie erraten? Richtig, Pedri von Barcelona und Valverde von Real Madrid. Dann zu den nächsten zwei Spielern. Ja, welche zwei Fußballer könnten das sein? Was glaubt ihr? Und... Richtig, Eriksen und Grealish von Manchester City. Und wie gesagt, schreibt eure richtigen Antworten später in die Kommentare. So, welche zwei Fußballer haben wir jetzt? Obumoyeng und Neymar, sehr gut. So, die nächsten zwei Fußballer. Oh, oh, okay. Welche Spieler könnten das sein? Alisson und Fernandes von Manchester United. So, welches Spiel haben wir jetzt? Habt ihr eine Idee? Und danke für euer Like. Richtig, Dest und Checo. Und danke für's Zuschauen. Kommen wir zu den nächsten Spielern. Ja, welche zwei Fußballer könnten das sein? Und, habt ihr eine Idee? Richtig, Nunez und De Jong. Weiter geht's. So, wen haben wir jetzt? Ja, welche zwei Fußballer könnten das sein? Dembélé und Lukaku, sehr gut. Oh, ja, welche zwei Spieler könnten das sein? Richtig, Salah und Silva, sehr gut. Oh, wen haben wir jetzt? Erkennt ihr diese zwei Fußballer? Richtig, MAP und Rashford. Oh, die kennt ihr doch bestimmt. Und, welche zwei Fußballer könnten das sein? Natürlich, Haaland und Griezmann. Ja, wer könnte das denn sein? Erkennt ihr diese beiden Spielern? Richtig, Musiala, FC Bayern und Bellingham. So, wen haben wir denn jetzt? Oh, okay, welche zwei Spieler könnten das sein? Richtig, Benzema und Lionel Messi. Ja, liebe Quizfreunde, das war's für heute. Wie viel lattet ihr richtig? Schreibt es in die Kommentare. Hat es euch Spaß gemacht? Danke für euer Like. Danke für euer Abo. Besucht meinen Fußballkanal, Werners Fußballecke. Da habt ihr über 630 Fußballquizvideos. Dann viel Spaß. Musik 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 Musik